Die eine Sache, die du absolut niemals machen darfst, wenn du erfolgreich werden willst. Egal in welchem Lebenskapitel etc. habe ich dieses eine Learning von allen meinen Mentoren gelernt und habe es auch wirklich umgesetzt und dementsprechend hat es mir wirklich auf meinem Weg geholfen, sehr erfolgreich zu werden. Also wenn du ein Mensch bist, der was sehr nach Erfolg strebt, der was gut sein will in dem, was er tut, der was überdurchschnittlich sein will und wirklich Ergebnisse erzielen will, dann ist auf jeden Fall diese Episode genau das Richtige für dich. Und was diese eine Sache ist, die du niemals machen darfst, erkläre ich dir jetzt gleich. Viel Spaß! Mein Name ist Reifinger Gabriel und ich habe das größte oberösterreichische Fitnesscoaching-Unternehmen und helfe Leuten, Verspannungen loszuwerden, fett abzubauen und die geilsten Ergebnisse der Welt zu erzielen. Auf jeden Fall, ich möchte dir heute ein kleines Learning mitgeben, was ich in meiner Geschichte, was ich mit diesem Thema immer wieder konfrontiert worden bin damals. Und ich muss sagen, dieses eine Learning war für mich eigentlich das Prägendste, was mich, meinen Körper, mein Unternehmen, meine Kommunikation, alles auf das nächste Niveau gehoben hat und mich sozusagen nicht immer nur zurückgehalten hat. Weil die meisten Leute, die diesen Punkt nicht verstehen, die bleiben ein Leben lang nur hinten. Und das ist auch das, was ich dir eigentlich mitgeben möchte. Und zwar, dieses eine Learning war für mich so fundamental und ich möchte hier etwas zurückgreifen. Und zwar, ich habe ja damals eine Ausbildung zu einem Maschinenbau-Techniker gemacht. Sprich, ich war in der Metallbranche früher, kenne mich relativ gut mit Mechanik aus. Und ein großes Learning oder eine Sache, die ich damals immer wieder gesehen habe. Ich war ein Mensch in der Firma, der sehr, sehr gut gearbeitet hat. Sprich, ich war sehr, sehr schnell in dem, was ich gemacht habe. Ich war sehr, sehr effizient und ich wusste auch, dass es immer wieder mehrere Wege gibt, wie man etwas besser machen kann, schneller machen kann und so weiter und so fort. Aber weißt du, es gab bei diesem ganzen Thema ein Riesenproblem. Und zwar kann ich mich noch erinnern, das war so ein Knackpunkt eigentlich, wo ich damals noch angestellt war und nicht meine eigene Firma hatte oder eigentlich ganzen Berufszeug gewechselt habe sozusagen. Und zwar ging ich in die Firma und habe mich Woche für Woche, Monat für Monat, wollte ich mich eigentlich verbessern in den Prozessen. Sprich, ich bin immer schon ein Mensch und da kann jeder, meine Klienten oder auch mein Team fragen. Ich bin ein Mensch, ich liebe es, Systeme zu implementieren. Sprich, wenn ich irgendetwas lese oder sehe, was ich weiß, dass man noch besser machen kann, effizienter machen kann, bin ich ein Mensch, ich liebe es, Sachen zu optimieren, dass irgendetwas besser funktioniert. Und deswegen funktioniert auch unser System für die Klienten so gut, weil wir nicht auf der Stelle treten, sondern wir haben jetzt schon die Erfahrung aus über 300 Klienten reinfließen lassen in unsere Prozesse und dementsprechend auf jeden einzelnen Klienten immer wieder neu aufgebaut. Alleine durch diese Verbesserungen haben wir es eben immer geschafft, dass wir die Prozesse so gut wie möglich zu machen, um so effizient und schnell an unser Ziel zu kommen, wie wir möchten. Deswegen ist in den letzten zwei Jahren das Unternehmen auch so dramatisch gewachsen bei mir und die Klientenergebnisse wurden in kürzester Zeit immer und immer besser, weil ich eben nicht stillstand, sondern darauf aufgebaut habe und mich wieder verbessert habe sozusagen. Und ein großer Punkt war, dass ich damals eben in dieser Firma war und ich wusste, dass es gewisse Prozesse gibt, mit denen man eventuell schneller, besser arbeiten könnte. Und auch wenn gewisse Prozesse zu optimieren etwas Zeit braucht, du musst ja Sachen optimieren, du musst dich reinfuchsen in das Ganze, du musst neue Sachen aufbauen etc. Das Ganze kann am Anfang etwas Zeit kosten, das ist ganz klar und der Arbeitgeber möchte natürlich im besten Fall, dass du einfach dahin arbeitest, aber eine Stunde investieren, um einen Prozess zu verbessern, kann die letzten Endes 10.000 Stunden wieder reinholen auf Langzeit gesehen. Und das ist etwas, da muss ich ehrlich sagen, das haben meine Arbeitgeber damals nicht gesehen wie ich. Und das war so ein Riesenpunkt, der, was mir eigentlich immer wieder aufgefallen ist, ab dem Zeitpunkt, wo ich mich als Mensch verbessern wollte, wo ich eigentlich über meine Grenzen hinausschießen wollte sozusagen, über meine Leistung, die ich bringen muss, hinausgehen wollte, gab es immer wieder andere Menschen, die mich gebremst haben. Sprich, diese Menschen haben gesagt, so haben wir das schon immer gemacht, so wird das gemacht, das ist wichtig, das ist nicht wichtig. Und diese Menschen haben immer meinen Horizont klein gehalten. Und alles, was ich dir aus diesem kleinen Learning mitgeben möchte, ist, dass die beste Entscheidung, was ich jemals getroffen habe, war, nicht auf andere Menschen zu hören. Sprich, die beste Entscheidung, die, was ich jemals als Mensch getroffen habe, war, nicht auf andere zu hören, was ich tun und lassen soll. Und nur, weil ich mich dafür entschieden habe, ich bin mir zu 100% sicher, dass ich das Ganze besser machen kann, als mein altes Unternehmen, auch wenn ich nicht im selben Zweig bin, ja, also in derselben Branche. Aber ich bin mir 100% sicher, dass ich eine Firma von den Strukturen, von den Mitarbeitern, ja, von dem Leadership, von der Führung, besser aufziehen kann, als diese Firma. Und alle anderen waren natürlich verwundert, Gabriel, du hast einen sicheren Job, du kannst es nicht machen, ja, Personal Training funktioniert nicht, Personal Coaching funktioniert nicht. Wo ich mir so denke, Motherfucker, da draußen sind 100.000 Leute, die mich brauchen, ja, und das alleine im 20 Kilometer Umkreis, wenn ich ehrlich bin. Und im Endeffekt habe ich mich dafür entschieden, aus dem Ganzen rauszugehen, aus meinem sicheren Job, ja, wo ich alles hatte, wo mir nichts abging, ja, ich war jetzt nie, keine Ahnung, extrem vermögend, ja, aber ich war auch nie arm, und so ehrlich bin ich auch. Ich hatte immer das, was ich wollte, und wenn ich irgendetwas Größeres wollte, musste ich halt drauf sparen, ganz normal. Und im Endeffekt habe ich damals, wie ich mich von dieser Arbeit getrennt habe, das erste Jahr, wie ich das Unternehmen sozusagen aufgebaut habe, war das erste Jahr richtig schlecht. Sprich, ich habe ja mein Unternehmen gegründet, und habe dann sozusagen in der Vollzeitarbeit, habe ich eigentlich das Unternehmen aufgebaut, nebenbei, und bin aber dann vor dem Anbruch des zweiten Jahres noch aus der Firma rausgegangen. Auf jeden Fall habe ich mich dafür entschieden, dass ich sage, okay, ich gehe jetzt all in, also ich habe ein paar Reserven aufgebaut, etc., ich kann mir das jetzt leisten, mal für zwei, drei Monate vielleicht nicht das optimale Einkommen zu haben, auch wenn ich meine Fixkosten etc. habe. und bin dann letzten Endes in die Selbstständigkeit gegangen und habe innerhalb des, ja, circa vier Monaten überhaupt keinen Erfolg gesehen. Sprich, ich habe vier ganze Monate, wie ich mein Unternehmen aufgebaut habe, null Erfolg gesehen, und das war erstmal richtig, richtig frustrierend, weil du denkst dir, okay, vielleicht war das gerade der biggest fuck up, den ich jemals gemacht habe, ja, aus meinem Unternehmen rauszugehen, aus meinem sicheren Job, der eigentlich nicht schlecht bezahlt ist, weil Metallbranche ist eigentlich gut bezahlte Branche und im Endeffekt saß ich dann da und überlegte, was ist eigentlich mein großes Problem aktuell oder was ist der eine Hebel, der was mir noch fehlt, dass mein Unternehmen jetzt mal funktionieren wird. Und ich habe mich dann wirklich hingesessen, habe mir überlegt und mir ist eine Sache aufgefallen, dass ich immer Stück für Stück das Ganze optimiert habe, aber nicht in allen Bereichen. Dementsprechend habe ich mich dann hingesessen, habe mir alle Zahlen angesehen, alle Gebiete, Funktionen, Rollen, die es in einer Firma gibt und habe mir dann mal genau angesehen, was ist eigentlich schon sehr, sehr weit vorangeschritten und was ist komplett optimierungsbedürftig. Und auf das habe ich dann aufgebaut. Heißt, ich habe mich da auch wieder verbessert. Ich habe die Systeme optimiert, ich habe bessere Klientenergebnisse erzielt, ich habe mich auf die Systeme fokussiert, mit denen ich bei Klienten arbeite und so weiter und so fort. Und auf einmal fing die Firma zum Wachsen an. Nach fast einem ganzen Jahr, wo nichts passierte, fing meine Firma zum Wachsen an. Die Klienten hatten super Ergebnisse, jeder war mehr zufrieden. Ich habe endlich mal irgendwie Profit gehabt, dass ich wieder neue Sachen investieren konnte und jeder, der mich auf Social Media verfolgt, weiß, dass ich in was weiß ich wie vielen Sachen und Projekte investiere jederzeit. Und im Endeffekt war die beste Entscheidung, die ich jemals gemacht habe, mich nicht von anderen bremsen zu lassen. Und das ist auch so ein Learning, was ich dir mitgeben möchte. Du wirst auf deinem Weg, egal was du machen willst, ob das jetzt Fitness, beruflich, Beziehung, was auch immer ist, du wirst immer auf Gegenwind treffen. Da kommen Leute zu dir her und werden immer wieder dich nur abfacken und sagen, wieso willst du trainieren? Du passt doch eh wie du bist. Das bisschen Speck, das stört doch nicht. Wo ich mir so denke, Motherfucker, das ist doch meine Entscheidung. Und wenn ich nicht zufrieden bin in meinem Körper, dann will ich zufrieden sein. Wenn ich nicht zufrieden mit meinem Job bin, dann will ich was anderes machen. So, du bist der Mensch in deinem Leben, der für dich zu 100% verantwortlich ist. Und glaub mir, das liegt mir am Herzen, dass du vorankommst. Mir ist es scheißegal, was du machen willst. Ob das jetzt körperlich ist, ob das beruflich ist, was auch immer, beziehungstechnisch. Du kannst an allem arbeiten und du kannst alles optimieren. Und selbst wenn du dir keinen Coach besorgen willst, selbst wenn du dir keinen Rat holen willst, es gibt heutzutage auf YouTube, wie du jetzt hier bist, 100.000 Videos, die dir auf deiner Reise helfen. Und das ist einfach etwas, was ich dir mitgeben möchte. Du musst immer anfangen, Sachen zu optimieren, Sachen zu sehen, Punkte zu verbinden. Und letzten Endes darfst du nicht auf andere hören. Weil willst du ein durchschnittliches Leben oder willst du das geilste Leben, was du haben kannst? Willst du ein Leben wie jeder andere, der jedes Wochenende nur Party macht? Willst du ein Leben wie jeder andere, der was nur einen abgefuckten Körper hat und sich alles schön redet? Oder willst du einen richtig durchtrainierten, geilen Körper, in dem du dich endlich mal gut fühlst? Willst du wieder richtige Energie, dass du rumlaufen kannst, wenn du Kinder hast mit deinen Kindern, ohne jedes Mal nachdenken zu müssen, kann ich das oder nicht? Willst du das geilste Leben auf der ganzen Welt oder willst du einfach nur ein durchschnittliches Leben? Und ich habe mich zu 100% dafür entschieden, ich werde mich eingrenzen, sprich, ich werde meine ganzen Kapazitäten, ob es Zeit, Geld oder Energie ist, ich werde es investieren in mich selber. Ich werde mir Mentoren besorgen, die was mir auf meinem Weg helfen, wenn ich selber nicht weiterkomme, was ich gemacht habe. Ich hatte jetzt schon diverse Mentoren und ich werde zum Besten selbst, dass ich sein kann. Und auch wenn ich für kurze Zeit mal zurückstecken muss, werde ich langfristig das geilste Leben haben, was sich einer vorstellen kann. Und jetzt nach zwei Jahren, wo ich das Ganze gemacht habe, ist meine Firma die größte Oberösterreichs geworden. Ich bin in den Top 1% der Personal Trainer. Ich habe den Pegasuspreis, den Wirtschaftspreis von Oberösterreich gewonnen. Ich habe alles um 180 Grad gewendet sozusagen. Das ganze Blatt hat sich einmal gedreht und das nur, weil ich eine einzige Sache gemacht habe. Und diese eine einzige Sache ist so mächtig und die möchte ich dir einfach mitgeben. Ich habe niemals auf andere gehört, aber was noch viel wichtiger war, ich habe eine Entscheidung getroffen. Ich habe eine Entscheidung getroffen, dass ich für mich selber verantwortlich bin und dass ich niemals, und das meine ich wirklich, absolut niemals auf Leute hören werde, die nicht mal ansatzweise dort sind, wo ich sein will. Und das ist auch schon das einzige Learning, was ich dir mitgeben will. Hör niemals auf andere, wenn du ein Ziel erreichen willst, wo diese Menschen nicht mal ansatzweise sind. Und wenn du eine Entscheidung für dich triffst, dann zieh es durch. Wenn du eine Entscheidung triffst, du willst körperlich was verändern, dann zieh es durch. Dann gibt es kein, ich probiere es jetzt mal, ich verheimliche das ein bisschen. Nein, fuck off mit dieser Scheiße. Hast du Plan A, Plan B, Plan C, Plan D, dann wirst du immer wieder nur Ausreden suchen. Scheiß auf diese Pläne, es gibt nur Plan A. Für mich gab es nur Plan A. Ich habe trainiert mit 15 Jahren, ich habe zum Trainieren begonnen, weil ich mir unsicher war, weil ich in der Kindheit einfach nur gemobbt wurde und weil ich mich mein ganzes Leben beschissen gefühlt habe. So habe ich mich gefühlt, und das ist mein ganzes Leben. Ich habe mit 15 Jahren zum Trainieren begonnen, trainiert bis heute durch, und das war die beste Entscheidung, die ich jemals gemacht habe. Ich habe es durchgezogen. Trotz Unsicherheit der ganzen Familie, der Bekannten, der Kollegen, jeder hat mir dringendst davon abgeraten, gründe nicht dein Unternehmen, gehe nicht selbstständig. Zwei Jahre, oder eigentlich drei Jahre drauf, habe ich die größte Firma Oberösterreichs. Und alles, was ich gemacht habe, ist, ich habe nie auf Leute gehört, die sich nicht auskennen, die nicht mal ansatzweise dort sind, wo ich sein will. Ich habe mir ein gutes Umfeld erschaffen, ich habe mir ein gutes Netzwerk aufgebaut, aus Experten, die was so ticken wie ich. Ich habe mir Mentoren geholt, wo ich genau wusste, die sind mir 50 Schritte voraus, und von denen kann ich lernen. Und, das allerletzte und wichtigste, ich habe eine Entscheidung getroffen. Ich habe eine Entscheidung getroffen, und gesagt, so, jetzt gibt es keinen Ausweg mehr, und du ziehst das Ganze jetzt durch. Und alleine durch diese Punkte, habe ich es so weit gebracht, wie ich es heute geschafft habe. Und, glaub mir, Alter, von Herzen wünsche ich mir, dass du es auch schaffst. Ob du jetzt mit mir arbeitest, ob du jetzt in ein normales Fitnessstudio gehst, ob du zu einer Manährungsberater gehst, das ist mir kaum nicht egal, und das meine ich jetzt wirklich völlig ernst. Aber ich kenne die Lage, aus beruflicher, als auch trainingstechnischer Sicht, wenn es einem einfach nicht gut geht, und man hat kein Umfeld, was an einen glaubt. Und ich wünsche dir von Herzen, weil du auf diesem YouTube-Channel bist, und du ein Mensch bist, der etwas verändern will, dass du hergehst und sagst, hey, ich kann etwas verändern, und ich werde es verändern, für dein besseres Leben. Nimm dir das Ganze mit, und wie immer, wer diszipliniert ist, wird stark, wer stark ist, wird erfolgreich, und du bist nur eine einzige Entscheidung davon entfernt, erfolgreich zu werden. Pack es auf jeden Fall an, gib Gas, und ich wünsche dir noch einen richtig geilen Tag. Alles Gedeut das Ganze 화장 expertise heilt ist, schon für die R predrom keloter- Professor kamt. Vielen Dank.